Jetzt, Ende Juni, kann in vielen Regionen endlich mal die Sommerkleidung ausgepackt werden. Davor waren vor allem in der Mitte und im Norden eher Jacke und Hose gefragt. Ein Blick zurück auf einige Höchsttemperaturen im Juni zeigt, wenn überhaupt, gerade mal Werte um 20 Grad an. Immerhin am 18. Juni war es vielerorts sehr warm bis heiß. Der genauere Blick zeigt aber auch da eine Ausnahme, den Westen und Nordwesten. Im Temperaturrückblick für Köln beispielsweise findet sich im gesamten Juni kein einziger Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad. Um diesen zu finden, muss man bis in den Mai zurückgehen. Somit wird dort die aktuelle Sommerwärme besonders gut tun, selbst wenn einige Gewitter das sommerliche Bild zwischenzeitlich etwas trüben.